Ich möchte euch da was zum Erscheinungsbild von der Knoblauchsrauke erzählen und die Blätter genauer zeigen. Vorher muss ich sagen, ich böser, böser Purche. Ich habe da was mitgemampft. Zu den Blättern. Ich habe jetzt absichtlich einmal diesen Laubwald für das Herz angewählt, weil die Knoblauchsrauke kann sehr viel Gestalt auftreten. Das heißt von, das ist so gesehen, eher angestammter Platz, wo es ungefähr 40 bis 50 Zentimeter hoch wird. Sie kann aber auch an Ruderalstellen auftreten, an Gebüschrändern und da kann es wesentlich höher werden bis zu einem Meter. Ich werde sicher solche Beispiele als Video festhalten. Mir geht es jetzt einmal um das Erscheinungsbild und ich fange da einmal an. Wir sind da im Wald und da macht die Knoblauchsrauke nämlich folgendes. Sie bildet relativ große Blätter am Grund aus. Seht ihr das? Für so ein kleines Knoblauchsrauke, das ist 40 Zentimeter groß, sind das tatsächlich beachtlich große Blätter. Das zieht sich da bei der ganzen Population durch und das ist eine Anpassung. Die kann somit wirklich auch im beschatteten Wald gut umeinander stehen. Da ist auch nochmal so ein Prachtexemplar, wo wir diese beachtliche Blattgröße sehen. Ich mag da aber zurückgehen zu meinen Ursprungspflanzen. Da sieht man nämlich, also so ist fast das typische Erscheinungsbild. Seht ihr, also so ein großes Blatt ist schon fast die Ausnahme. Was ganz typisch ist, ihr seht das, besonders wenn es dann eben noch nicht aufgeschossen ist und ganz jung ist, sind unten am Boden diese nierenförmigen Blätter und je weiter das rauf geht, desto herzförmiger wird das Ganze und desto spitzer wird das auch. Seht ihr, also da ist das schon so richtig dreieckig, herzförmig, aber mit Spitzen und da herunten ist nierenförmig. Noch interessant ist, dass eben im Erscheinungsbild, es kann wirklich sehr unterschiedlich groß ausfallen, eben auch von der Wuchshöhe und schaut euch mal, auch das darf sich schon Knoblauchsraucke nennen und sie können auch in dieser Miniform sogar dann blühen und sie vermehren. Ist beachtlich, also ist bei der Knoblauchsraucke zum sagen, es kommt nicht auf die Größe an, zeigt auch die Blätter und nachdem es mir in dem Video um die Blätter gegangen ist, schließe ich mit die Blätter.